ja hallo liebe copter freunde und dji fans und willkommen auf meinem kanal da bin ich einmal von dem dji stand auf der nürnberger spielwarenmesse und habe mir einmal angeschaut was dji hier alles zu bieten hat neben dem inspire 1 und hier im bilde dem inspire 2 ja einem schon fast commercial produkt habe ich natürlich geschaut was es noch alles gibt da war unter anderem der phantom 4 hier im bilde auch mit dabei genauso wie der phantom 4 pro plus das wäre hier in dem fall sieht man am tablet und interessant fand ich natürlich auch die kamera vom phantom 4 immerhin eine 1 zoll und 60 fps kamera im 4k bereich daneben stand ein matrix 600 copter der in dem fall hier recht imposant und eine ja lumix gh3 aufnehmen kann hinter dem phantom 3 sehen wir noch einen agrar copter zum besprühen von feldern ja dann wurde natürlich hier auch eine kleine flugshow absolviert in dem fall hier der mavic pro der ist hier recht häufig geflogen der junge mann der den geflogen hat mit dem habe ich mich auch etwas unterhalten der sagt es macht ihm recht viel spaß mit dem mavic zu fliegen der ist klein handlich transportabel und lässt sich sehr präzise fliegen konnte man hier auch sehr schön beobachten ja das war sie die exkursion am dji stand mir hat hier sehr gut gefallen ich hoffe euch hat das video auch ein kleines bisschen gefallen ich würde mich freuen wenn er mal auf meiner facebook seite vorbeischaut denn damit sind wir am ende des videos ich bedanke mich fürs zuschauen und ich würde mich freuen wenn er beim nächsten video auch mit dabei seid bis dahin sage ich tschüss macht's gut wir sehen uns ciao